Wenn der Verdacht gegeben ist, dass eine akute Rehe vorliegt, die relativ leicht zu erkennen ist, ist ganz schnell fachmännische Hilfe zu holen. Das Ziel ist, diese Entzündung in der Huflederhaut, die durch austretende Sekretkeilwirkung verursacht, so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Das heißt nicht, dass man jetzt nur Schmerzmittel gibt, sondern auch entzündungshemmende Substanzen einsetzt, damit der Prozess hier aufgehalten wird. Natürlich muss immer geschaut werden, woher kommt diese Hufrehe, was kann ich an unterstützenden Maßnahmen zusätzlich machen, wo muss was entgiftet werden, wo muss zusätzlich eingegriffen werden. Was nicht verwendet werden sollte, was aber mittlerweile doch sehr bekannt ist, dass Kortison verwendet wird, weil Kortison selber eine Hufrehe verursachen kann. Wir sollten unsere Pferde auch nicht nehmen und durch die Gegend führen. Die dürfen stehen, die dürfen auch liegen, weil die haben wahnsinnige Schmerzen in ihren Füßen und da ist es nicht angebracht, zusätzlich Verletzungen zu verursachen. In der Regel wird bei Hufrehe Wert darauf gelegt, diese Entzündung, die in der Lederhaut stattfindet, möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Schulmedizinisch werden dafür Entzündungshemmer eingesetzt. Das sind Schmerzmittel, die aber auch eine entzündungshemmende Komponente haben. Natürlich dürfen die nur in ganz geringer Dosierung verwendet werden, weil die tiefe Beugesehne das Hufbein nach hinten zieht. Wenn das Pferd überhaupt keinen Schmerz mehr hat, belastet es den Huf zu sehr und es gibt größere Schäden, als wenn es vorsichtig läuft. Aber Ziel ist, die Entzündung in den Griff zu bekommen, um diese Folgeschäden der Hufbeinsenkung und Hufbeinrotation zu vermeiden. Weiterhin versucht man, die Blutgefäße möglichst gut in Schwung zu bekommen im Huf, im Lederhautbereich. Das heißt, durchblutungsfördernde Mittel werden eingesetzt. Es wird auch eine gewisse Blutverdünnung in Erwägung gezogen, mit Aspirin, Heparin, je nachdem. Außerdem wird von außen mechanisch gepolstert, sodass der Huf weich auftritt. Dazu zählt auch, dass im Stallbereich selber eine weiche Unterbringung notwendig ist. Am besten eignet sich dafür Sand. Es ist nicht immer machbar, aber man kann auch dicke Schicht Sägespäne nehmen, dass der Huf sich immer so hindrehen kann, wie es für das Pferd am besten ist. Alternativmedizinisch haben wir zusätzlich noch verschiedene Möglichkeiten. Das bedeutet natürlich auch Mittel einzusetzen, die diese Entzündung schnell abklingen lassen. Da gibt es homöopathisch eine ganze Palette, die man verwenden kann. Man wird versuchen, Giftstoffe, die bei einer Rehe meist im Körper vorhanden sind, Toxine auszuleiten, über die Ausscheidungsorgane, über die Leber, über die Nieren. Man unterstützt den Darm, sodass ganz schnell eine Entlastung gesamtorganismusmäßig gegeben ist. Ansonsten unterstützt man den Stoffwechsel selber. Man unterstützt unter Umständen auch die Bauchspeicheldrüse, wenn man sieht, die Ursache ist irgendwo in einem metabolischen Syndrom zu sehen. Man unterstützt die Blutgefäße selber, die brüchig durchlässig werden, gelähmt sind, je nachdem. Die genauen Mechanismen sind ja so noch nicht bekannt. Aber in der Homöopathie gibt es eine ganze Reihe von Mitteln, die man hier zu gut einsetzen kann. Außerdem wirkt unterstützende Akupunktur sehr gut. Das muss nicht immer mit Nadeln sein. Man kann auch mit dem Laser arbeiten. Es tut nicht weiter weh und es gibt direkt am Kronrand entlang eine ganze Menge End- und Anfangspunkte von Meridianen, die dann wieder den ganzen Huf in seinem gestauten Zustand entlasten. Grundsätzlich gilt, dass auch nach einer überstandenen Rehe der Stoffwechsel in Ordnung gebracht werden muss. Wir haben meistens irgendwo erhöhte Leberwerte, wir haben Störungen in der Bauchspeicheldrüse. Es ist eine Überlastung insgesamt da und das Immunsystem ist angeschlagen, das natürlich mit unterstützt werden muss. Nach einer Hufrehe ist zu beachten, dass die Pferde energiearmes Futter bekommen zunächst. Das ist sofort die Maßnahme, die man ergreift. Das heißt, man lässt Kraftfutter weg. Die kriegen nur Heu zu fressen. Wichtig ist Mineralfutter dazu. Aber auch da Mineralfutter verwenden, das nicht mit viel Glucose versetzt ist. Also schauen, dass wirklich nur die reinen Mineralien drin sind. Auf längere Sicht gesehen ist natürlich das Ziel, dass das Pferd wieder ganz normal, in Anführungszeichen, ernährt werden kann. So wie sein Bedarf entsprechend ist, weil manche Pferde kommen mit Heu allein nicht aus. Aber bis dahin muss der Stoffwechsel so weit in Ordnung sein, dass ankommendes Futter auch entsprechend umgesetzt werden kann. Natürlich gilt, ich muss immer schauen, woher kommt diese Rehe, welche Ursache hat die Rehe, wie kann ich auf die entsprechende Situation reagieren, was muss ich machen, um bestimmte Dinge zu normalisieren und aufzubauen. Und dadurch habe ich natürlich schon die Möglichkeit, nach einer gewissen Behandlungszeit das Pferd wieder so zu stabilisieren, dass es normal leben kann. Bei der Nachsorge einer Hofrie ist es ganz immens wichtig, auch das Immunsystem insgesamt zu unterstützen. Da gibt es eine Reihe wirklich guter Mittel, unter anderem Gladiator Plus, mit dem wir den Gesamtorganismus so in einen Zustand versetzen können, dass Infektionen erst gar nicht angreifen können, dass das Darmlymphatikum, das ja die Zentrale unseres Immunsystems ist, gut funktioniert. Dadurch werden Leber entlastet, Nieren entlastet, die anderen Ausschädungsorgane wirklich unterstützt und ein Rezidiv wird dadurch unwahrscheinlicher. Meinen Hund bewusst versorgt.